Hallo Welt, da sind wir wieder, hier im Leuchtturm bei Jewel. Und wir sollen jetzt in den Untergrund, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich habe mich gerade gewunnt, weil die Bewegungsunschärfe so krass ist gerade. Habe ich mich gewundert, aber das bilde ich mir wohl nur ein. Vor dem Krieg war es hier schön, das Meer. Ich war fünf Jahre alt. Mama war jung, lebte noch. Jetzt ist hier Wüste. Die Tiere sind zu Freaks geworden. Die Menschen sind zu Tieren geworden. Meine Leute sind zu Eigentum geworden. Nicht von alleine, die Ölhunde sind schuld. Das Öl blieb nämlich, obwohl das Meer austrocknete. Alte Menschen sind gestorben. Nur Junge sind übrig. Und sie gehorchen jetzt ihren Meistern. Die Munai Bailer sagen, sie seien jetzt Feuergötter. Und die jungen Menschen glauben es. Fünf Jahre nach dem Krieg starb meine Mutter. Ich war ganz alleine. Ich muss mal ganz kurz gucken. Da waren irgendwo so Leuchtedinger. Die liegen hier rum. Heißt das nicht immer, dass wir da gucken sollen, dass es da irgendetwas für uns gibt? Ich bin gerade etwas überrascht über die Bewegungsunschärfe. Ich habe nichts verstellt an den Einstellungen. Nur nach der letzten Aufnahme war das Bild schwarz und ich habe den Titel mal neu gestartet und dann sah das so aus, wie es jetzt aussieht. Mysteriös. Oh nein, nicht die schon wieder. Wo bist denn du? Ach da. Siehst du den Gang? Geh hindurch. Ich folge. Aha. Den haben wir gar nicht gesehen vorhin. Schrimms hat sie gesagt. Oh nein. Oh Moment. Wie wäre das mit dem Feuer? Wer schubst? Die hat uns geschubst. Der Strom ist schon lange weg. Wir müssen ihn einschalten, um das Tor zu öffnen. Abgemacht. Spinnen. Die Tür öffnet sich erst, wenn wir den Strom einschalten. Schalte den Strom ein. Ja. Ja doch. Mach du doch. Du stehst da doch gerade. Da ist eine Gasmaske. Wo schalte ich denn ein? Wo schalte ich denn ein? Strom an. Und es wäre Licht. Na eigentlich. Könnte mehr sein. Aber okay. Vorsicht Zug. Aber ich habe was gehört. Gut. Moment. Aha. Dachte ich es mir doch. So viel zu entdecken. Da ist ein Auto drunter oder so. Reifen haben wir schon mal. Kein Benzin hier. Und es ist kein Auto. Ein Schiff. Okay. Du bleibst also schön da. Und schickst uns da runter in die Hölle. Ich weiß doch was da passiert. Kann ich mir doch schon denken jetzt. Oh. Entschuldigung. Ich wollte das hier machen. Oh. Ich bin. So. Artyom! Die Spinnen hassen Licht! Schalte dein Licht ein, um sie zu verjagen! Gut zu wissen. Mamas Bild suchen unter anderem. Spinnen, die Licht hassen. Okay. Ja, ich sehe schon. Da kommen wir so einfach nicht durch. Ich habe kein Problem mit Spinnen. Aha, da geht es nicht drauf. Ja, und hier? Hätte man hier nicht auch mal ein bisschen Strom einschalten können? Ich weiß ja nicht. Boah. Okay, ich verstehe. Untenrum, außenrum. Why? Was ist das? Was war das? Nö, ich gehe hier raus. Such selber. Ich will nicht mehr. Ach, Spinnen. Schring! Nimm das. Hey, lass das! Okay, mal was anderes. Das sind gar keine Spinnen, das... Skorpione oder so. Na, da kommen wir wohl nicht drauf. Ach, wir hätten ein paar Kerzen oder so etwas mitnehmen sollen, die ihr aufbauen sollt. Hm, nichts für uns hier. Moment, irgendwas flackert. Na ja, wenigstens können wir so Munition sparen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollen hier runter, oder? Oder durch das Loch von einem Skorpionspinnenwesen. Okay. Nichts los hier in der Ecke. Boah. Wie? Hier ist gar nichts. Unten? Na doch, hier. Da muss jemand gewesen sein. Ja, vielleicht. Ja, aber weiter geht's doch hier auch nicht. Wir müssen da durch das Loch oben. Das wird der Trick dabei sein. Hm. Hm? Wie sind wir denn hierher gekommen? Wir sind doch auch irgendwie... Ah, okay. Hier rum. Ja. Ja. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Ich sehe doch genau, wo wir hin müssen, aber ich suche erstmal ein paar Lampern. Das schubst wer... Praktisch. Hm. Wenn wir jetzt noch Chemikalien daraus bekämen, dann wäre das super praktisch. Ah, rot ist nicht gut, oder? Wenn es rot leuchtet. Telefon. Ja, rot taugt nichts. Man muss grün leuchten, dann wäre es okay, aber rot... Ne. Das ist überhaupt nicht unser Ding. Moment. So. Das ist aber interessant. Mit den Brutzelspinnen. Mit den Brutzelspinnen. Oberst Markovs Abschiedsbrief muss unter Verschluss bleiben. Ich stufe ihn als streng geheim ein. Niemand außer uns dreien darf von seinen letzten Befehlen wissen. Diese sind ohnehin null und nichtig, da Oberst Markov sich selbst getötet hat, um sich der Verantwortung zur Ausführung dieser Befehle zu entziehen. Anweisung 01 muss streng befolgt werden. Die Funkstelle muss eingehalten werden. Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Und wir, wir sind Soldaten. Selbst wenn wir diese verräterischen Befehle ausführen wollten, hätten wir nicht genug Männer und Transportmöglichkeiten, um diese Reise über 1000 Kilometer zu bewältigen. Oberstleutnant RV Novikov. Ehemaliger Kommandant der Satellitenkommunikationszentrale, Caspian 1. Na, dann sind hier wahrscheinlich nicht mehr sehr viele zu finden. Ihr habt aber keine schönen Kalender hier, aber schöne Pflanzen sind da drauf. Moment, brauchen wir das überhaupt hier? Fällt mir doch gerade mal auf. Nö. Oder? Geht doch auch so. Oder doch nicht? Tut mir leid. Ja, ich dachte, das geht. Coole Maus. Ihr werdet doch irgendwas hier haben. Chemikalien oder irgendwas habt ihr hier unten versteckt bestimmt. Spinnen. Kein Problem. Ne, hier ist glaube ich gar nichts für uns, oder? Ah, es werde Licht. Tada! Naja, okay. Das kommt gleich. Und Fanfare! Jetzt sagst du, dass du da bist, warum sind wir nicht gleich zu zweit hier runtergegangen, Na? Achtung! Fehler ist im Fußsystem. Erwöhnliche Ausrüstung bereithalten und auf Station bleiben. Weitere Anweisungen abwarten. Hahaha! Hast du das gehört, Asiom? Ja. Weiter geht's. In der... Genau. In der nächsten Folge. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!